In der Gruppe E treffen nun Schweden und die Slowakei aufeinander. Ausgelost wurde, dass die Slowakei anstößt. Die Spielregeln, jeder schießt fünfmal aufs Tor und die gegnerische Mannschaft steht hierbei auf dem Elfmeterpunkt, während von der Mittellinie aus angestoßen wird. Nun also die Slowakei mit dem ersten Schuss, schießen und auf den Torwart der Schweden. Die Schweden nun, wir zoomen ein wenig raus, mit dem ersten Schuss. Schuss und auf den Torwart der Slowaken. Der Ball liegt schon bereit am Mittelpunkt, die Slowakei stürmt nach vorne, schießt und vor den schwedischen Torhüter. Nun die Schweden, wieder am Ball, schießen aufs Tor und vor dem slowakischen Torhüter. Nach jeweils zwei Schuss steht es nun immer noch 0 zu 0. Die Slowakei am Ball, schießt und in die rechte untere Ecke. 1 zu 0 für die Slowakei. Die Schweden sind außer sich, das konnte keiner absehen. Schießen und voll auf den Torwart. Es steht nach jeweils drei Schüssen immer noch 1 zu 0 für die Slowakei. Warnt sich hier eine Überraschung ab. Schuss und vor den schwedischen Torhüter. Schweden nun auch im vierten Schuss. Kann den Ausgleich erzielen, aber das war viel zu schwach. Die Slowakei hat nun die einmalige Chance, den Sack zuzumachen. Schießt auf das schwedische Tor. Abgewehrt. Die Schweden mit dem fünften und letzten Schuss die Möglichkeit noch auszugleichen. Schießen aufs Tor und vor den Torwart. Wer hätte das gedacht? Schweden unterliegt also der Slowakei mit 0 zu 1. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, ein Abo meines Kanals und wenn du es noch nicht gemacht hast, vergiss nicht die Glocke. Das ist die überhaupt zwei. Wir an uns prсят die Glocke. Ich habe dieses Video gefallenat Marken.